Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Manfred Worch vom Ordnungsamt hat seine tägliche Stadtpatrouille beendet. Jetzt hat er einen Termin mit der Vorstadsvorsitzenden eines Kleingartenvereins. Hier geht es um Katzenpopulation, die ist unkontrolliert, weil Menschen auch häufig unter falsch verstandener Tierliebe Katzen füttern. Innerhalb dieser Gartenanlagen gibt es Tierfreunde und es gibt auch Tiergegner, also Katzengegner. In dem Sinne sind natürlich die sich untereinander nicht einig. Die einen schimpfen, dass zu viele Katzen da sind, die fangen die Vögel weg und die anderen lieben die Katzen und möchten natürlich, dass es vielleicht noch mehr werden. Ich bin da verabredet mit der Vorsitzenden des Gartenvereins und da hoffen wir drauf, dass sie jetzt wieder ein paar Katzen eingefangen haben, die wir jetzt ins Tierheim bringen können, um sie kastrieren zu lassen. Sangerhausen betreibt ein Tierheim, in dem Tierärzte die Kastrationen an den verwilderten Katzen vornehmen. Die Stadt hat Katzenfallen angeschafft und Annett Hölz sind zur Verfügung gestellt. Jetzt geht es darum, die Stellen zu finden, wo sie die Katzenfallen aufgestellt haben und ob da jetzt was drin ist vielleicht oder... Wir gucken nochmal, also wir stellen fast jeden Tag auf. Das Tierheim hat schon ein paar Katzen kastriert und der Tierschutzverein ist mit uns jetzt immer noch in Gange und da können wir mal gucken. Okay. Die Katzenflage ist aber auch dem die Schuld, dass wir so viele Lehrgärten einladen. Ja, ja. Da ist eine. Eine Falle. Hier steht eine Falle, die ist aber leider noch leer. Der Garten ist jetzt nicht belegt. Das ist ein Lehrgarten. Wir haben 320 Gärten, 209 sind vergeben und wir haben so hoher Leerstand, also überall, wo es verkriechen die sich und können sich also unweigerlich vermehren. Laut Satzung des Vereins ist Tierhaltung verboten. Die Kleingärtner dürfen Katzen und Hunde zwar mitbringen, müssen sie aber mitnehmen, wenn sie nach Hause gehen. Ich hab keine Katzen. Ich hab keine gesehen. Ne, ich weiß nicht, wo die hier rumschwungen. Die schwungen eigentlich in der ganzen Katzenanlage. Ja, sind wir vorbei. Ja, vorsichtig. Katzen. Es gibt doch keine Katzen hier bei uns. Nein, die sind doch alle fort. Die habt ihr doch verkrault. Wie haben sie verkrault? Ne, hier laufen noch welche rum. Ach, naja, die paar. Das ist eine falsche Herangehensweise. Das ist eine falsche Herangehensweise, wenn sie so denken. Die dürfen ja auch hier weiter rumlaufen, aber bitte schön kastriert. Gut. Wollen wir hier mal reingehen jetzt? Ich nehme vor. Das ist auch ein leerstehender Karten. Annett Hölzel bekämpft das Katzenproblem seit drei Jahren. Denn neben der Vermehrung sind die verwilderten Tiere nicht geimpft und können ansteckende Krankheiten verbreiten. Die Katzenfalle ist leider auch noch offen. Hier wird Putter reingemacht. Hier rechts und links. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich ein kleines Stöckchen finde. Da ist Duntisch meistens drauf. Ich brauche ein Stöckchen. Und wenn die Katze dann hier drauf geht, dann geht's schnapp. Dann ist die Katze hier drinnen und die Katzen werden dann kurzerhand abtransportiert zum Tierarzt. Und dieser kastriert diese Katzen dann. Und die werden, wenn sie vermittelbar sind, werden sie vermittelt. Ansonsten werden sie hier wieder ausgesetzt. Man kann sie nicht ständig irgendwo fremdunterbringen. Deswegen, wir müssen sie jetzt erdulden. Teilweise sind unsere Mitglieder selber verantwortlich dafür, dass diese Katzen gefüttert, also praktisch hier rumlaufen, weil sie angefüttert und angelockt wurden. Diese Kleingärtnerin hat einen ehemals verwilderten Kater aufgenommen. Der Max ist hier. Der wurde kastriert und der wird jetzt weiter gefüttert von euch. Stimmt's? Der läuft nicht mehr weg seitdem. Ja, ist klar. Die Eier sind ab. Also die werden gekennzeichnet, die kastrierten Katzen. Die kastrierten Katzen werden gekennzeichnet. Und dann kriegt ein Chip rein. Und da wurde eine Murmkur gemacht und ein Zeckenpräparat hat sie auf den Kopf gekriegt. Und dann wurde sie hier weiter, damit das Gartenmitglied diese Katze füttern kann. Wir haben den ja vorher gar nicht gekriegt. Der war ja. Der hatte kratzt und jetzt läuft der einen hinter dem Wissen hinterher. Der Tierschutzverein Sangerhausen kümmert sich um die verwilderten Katzen. Mitarbeiter Stefan Körber hat Katzenfallen aufgestellt. Wir wurden halt gemeldet, dass die Katzen hier teilweise getötet werden, die Jungen schon. Und das ist auch nicht nur strafbar, auch vom menschlichen Aspekt her einfach schlimm. Weil sowas macht man einfach nicht. Und da wir uns das nicht mit angucken konnten und haben dann Fallen hergebracht. Ich glaube schon am ersten Tag hatten wir schon zwei, drei Katzen drin. Die gingen dann auch gleich noch zum Kastrieren am selben Tag. Also die Kastration ist im Endeffekt Tierschutz. Wer eine verwilderte Katze füttert, wird juristisch ihr Besitzer. Und ist damit für das Tier verantwortlich. Einige Kleingärtner auf dem Gelände ignorieren das. So Herr Borschen, hier ist jetzt das Problem. Da waren wir mit dem Tierschutzverein auch schon zu Gange. Er hat mehrere Katzen, die er füttert und wir kommen nicht dran. Und er verwehrt uns den Zugang. Inwieweit kann uns das Ordnungsamt hier helfen? Also ich sehe da sehr, sehr von mir aus schlechte Chancen, da jetzt hier einzugreifen. Wenn Sie es nicht schaffen als Verein. Von daher kann ich also Ihnen da jetzt grundsätzlich auch nicht helfen. Kann man die restlichen Katzenfeinde kontrollieren? Gut, alles klar. Die Vereinsvorsitzende muss den Konflikt mit dem Kleingärtner vereinsintern klären. Manfred Warch ist nur für die Bekämpfung der Katzenplage zuständig. Hier haben wir jetzt nochmal eine Falle drin, glaube ich. Ich sehe auch schon eine Katze da hinten in der Ecke. Da sehen wir schon eine Katze. Jetzt haut sie ab. Ich würde mich auch nicht fangen lassen, wenn ich meiner Fraulichkeit Opfer müsste. Bin ich mal gespannt? Ist auch leer. Aber die Falle hat nicht ausgelöst, aber eine Katze war drinnen. Das Futter ist alles weg. Das ärgert uns richtig. Weil hier füttern wir, wir stellen Falle hin. Und die Katzen, die hier fressen, die werden eigentlich nur gefüttert und nicht sozusagen gefangen und zur Kastration überführt. Wenn das natürlich dann nicht funktioniert, das ist schlecht, dann haben wir nichts gekonnt. Wir haben also keine Katzen einfangen können, was wir eigentlich beabsichtigt haben. Und demzufolge haben wir die Katzen heute gewonnen. Genau. Alle fallen ausgetrickst, teilweise leer gefressen. Guter Tag für die Katzen, schlechter Tag für uns. Aber wir bleiben am Ball. Wir tun uns intensiv darum kümmern, dass diese Katzen auch noch kastriert werden, damit diese Katzenpopulation endlich hier ein Ende findet. Manfred Worch und die Stadt Sangerhausen werden den Kleingartenverein weiterhin bei der Bekämpfung der Katzenplage unterstützen. Am Nachmittag geht Manfred Worch einem Fall nach, der das Ordnungsamt schon seit Monaten beschäftigt. Leider gibt es sehr viel Ärger mit illegal entsorgten Müll in der Natur. Da haben wir einen riesen Müllplatz. Ehe das überhaupt jemand entdeckt hat, hat es bestimmt eine ganze Zeit gedauert. Da ist es nämlich richtig versteckt. Von der ehemaligen Bundesstraße E80 von Sangerhausen nach Riesstedt führt ein kleiner Feldweg ab. Wo ich das letzte Mal hier war, das ist erst vorige Woche gewesen, ich glaube da ist schon wieder was dazugekommen. Das ist Müll und natürlich, was nicht zu übersehen ist, Plastikabfälle, Plastikabfälle, Plastikabfälle. Auf den ersten Blick, da schlägt ein, ein nicht aufhörender Exzess hier, ja, Willkür kann man sagen. Die Aufgabe des Ordnungsamtes ist es, Hinweise auf einen Verursacher zu ermitteln. Für die Beseitigung der illegalen Müllhalde ist die Kreisverwaltung des Landkreises Mansfeld-Südharz zuständig. So, dann ran an die Paletten. Da müssen wir mal gucken, ob wir was finden. Es ist die unangenehme Aufgabe eines Ordnungsamtes hier in den Müll rumzusuchen. Hier ist Tomatenketchup, Eimer von Tomatenketchup. Das weist darauf hin, dass irgendwo eine Firma welche Tomatenketchup verarbeiten, Möbel, Autoräder. Hier sind Säcke, die müssen wir mal auskippen. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Umweltbußgeldkatalog. Wie hoch die Strafen ausfallen, ist vom Standort abhängig. Für Hausmüll ist im Schnitt ein Bußgeld zwischen 10 und 50 Euro fällig. Solange wir nichts Greifbares haben, Indizien, die an Adressaten hinweisen, nützt uns das. Alles wenige sind zwar Indizien, aber wir können es keinem zuordnen so einfach. Alte Fernseher. Möbel und Elektrogeräte gelten als Sperrmüll. Hier kann das Bußgeld je nach Gewicht und Kubikmeter bis zu 10.000 Euro betragen. Uns interessiert natürlich Papier, Adressaten, irgendwelche Hinweise auf einen Verursacher. Aber es ist dann auch mit Glück verbunden, wenn man da was findet. Zumal die Leute ja meistens auch sehr bedacht sind, dass sie nichts wegschmeißen, was auf ihre Person hinweist. Illegale Müllentsorgung gilt als Ordnungswidrigkeit. Bei gefährlichem Abfall liegt sogar eine Straftat vor. Sachsen-Anhalt verhängt dann Bußgelder bis zu 100.000 Euro. Ach, was haben wir denn da? Hier ist ein ganzer Stoß Briefe. Das ist ja was. Das ist ja was Gutes. Da sind Adressaten drauf, das sind Postzustellungsurkunden hier. Alles eine und dasselbe. Vermutlich von einer Person. Also das ist natürlich ein Pfund jetzt hier. Das ist ein Pfund. Na, da sagt doch mal jemand, es gibt keine blöden Menschen mehr. Die schmeißen sogar den Hinweis, wo sie, wenn sie herkommt, mit weg. Manfred Worsch sammelt Beweise für ein mögliches Gerichtsverfahren. Ich bin da so ein ganzes Stück erleichtert. Das hätte ich nie vermutet, dass wir das jetzt hier finden. Und wir haben es heute gefunden. Das ist, sagen wir mal, die Stecknadel im Heuhafen gewesen. Da werden wir auf jeden Fall vorsprechen. Wir werden ihn mit der Tatsache konfrontieren, dass wir seine Briefe hier gefunden haben. Und das ist so sicher wie es Abend in der Kirche, dass er eine Anzeige bekommt. Manfred Worsch fährt zum Adressaten der Briefe. Ich sehe auf jeden Fall einen Namen erst mal nicht dran hier. Mal gucken, ob wir jemanden treffen hier im Haus. Schönen guten Tag. Ich bin der Herr Worsch vom Ordnungsrat. Ich suche hier in dem Haus einen Herrn Florian. Sind Sie, ob der hier wohnt? Der wohnt ja nicht. Straße 4, das muss also hier sein. Das ist zum Beispiel ein Brief. Florian ***. Und das sind alle an dieser anderen Ansatz, die riechen. Alles an dieser Adresse. Nein, nein, nein. Da muss was dran sein. Da muss nachgewechselt werden oder was. Also Florian *** hat ja auch nicht gewohnt. Nein, das kann ich sagen mir nicht ganz ehrlich. Ohne Mist jetzt. Aber Sie sehen es doch. Körschen kennen wir nicht. Ne. Das ist ganz ehrlich. Das kenne ich nicht. Gut, wenn wir irgendwas rausfinden, dann sagen wir da Bescheid. Prima, wäre gut. Ja? Machen wir. Manfred Worsch ermittelt am nächsten Tag über das Einwohnermeldeamt den Aufenthaltsort des Gesuchten. Er hat bis 2015 in dem Haus gewohnt. Die Vernehmung ergibt, dass eine andere Person die Wohnung entrümpelt und den Müll entsorgt hat. Der Name ist den Behörden bekannt. Das Umweltamt hat das Verfahren übernommen. Bescheid. Das Umweltamt hat das Gefahren zu verzichten. Das führt zu wellen Tysch. Hier hab ich etwas zu einem eigenen Gerät. Nein, es gibt eine andere Sache. Es geht ein Sh influencing. Es geht. Das ist ein Gemüt.